Das Wort erhält nun der Kollege Markus Weinberg für die CDU-CSU. Dankeschön, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Brandner! Das ist natürlich schon so ein bisschen jetzt beginnender Wahlkampf. Die Kollegen Verkehrspolitiker haben gerade die ersten Vergleiche mit Weihnachten gezogen. Das wäre sicherlich auch passend, im Dezember 2016 schon die ersten Wahlkampfanträge zu stellen. Okay, das ist wie mit den Lebkuchen im Juni. Sie sehen an meiner Figur, ich mag Lebkuchen im Juni. Beim Antrag allerdings bin ich nicht so euphorisch. Und was das Verpacken angeht, wissen wir ja, dass die noch so schön vorgetragene Verpackung in der Regel den schlechtesten Inhalt hat. Ich will mal sagen, wir werden uns jetzt befassen mit dem Thema, weil wir in gewissen Positionen natürlich auch und in Zielsetzungen Ähnliches definieren. Natürlich ist das Thema Kinderarmut in Deutschland ein Thema, das uns alle bedrückt, fraktionsübergreifend. Und deswegen arbeiten wir daran, gemeinsam die Situation aller Kinder zu verbessern. Deswegen ist Familienpolitik und muss Familienpolitik auch nachhaltig alle Bereiche sich anschauen. Und solange nur ein Kind in Deutschland missbraucht wird, misshandelt wird oder nur ein Kind vernachlässigt wird, solange haben wir hier auch einen klaren Arbeitsauftrag. Und solange Kinder in Armut leben, haben wir hier als Familienpolitiker auch einen Arbeitsauftrag in diesem Plenum. Und das soll uns gemeinsam ein Ziel sein, für das wir gemeinsam auch kämpfen. Aber die Wege sind durchaus unterschiedlich. Und das sieht man auch bei dem Antrag. Bekämpfung von Armut. Was ist denn eigentlich das Hauptziel bei der Bekämpfung von Armut? Das Hauptziel muss es doch sein, dass Menschen, dass Eltern in die Lage versetzt werden, einständig ihr Leben zu organisieren, dass wir Arbeitsplätze schaffen und eine starke Wirtschaft haben. Denn das stärkt die Familie in diesem Land und damit auch die Kinder. Im Übrigen nicht nur, damit Eltern materiell ihre Kinder ernähren können, sondern auch psychologisch. Sie haben das Beispiel des Ranzens angesprochen. Ja, das ist für ein Kind wichtig, dass es auch mal einen neuen Ranzen bekommt. Aber viel wichtiger ist für das Kind, dass die Eltern in der Lage sind, diesen Ranzen zu kaufen. Und deswegen müssen wir gesamtwirtschaftlich auch schauen, dass wir weiterhin mit einer guten Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik die Vorbedingungen schaffen, dass wir Eltern stärken. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir, deswegen war es auch wichtig, dass wild gewordene Hände sich gerade nach oben bewegen. Ich warte ja für mich drauf. Naja, das lässt mich natürlich eher zögern. Aber wollen wir mal nicht so sein. Bitte schön. Herr Kollege Weinberg, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gesagt, man muss in erster Linie dafür sorgen, dass die Eltern ein existenzsicherndes Einkommen bekommen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass ein großer Teil der armen Kinder, die wir unter Armutsquoten haben oder auch im Hartz-IV-Bezug, dass da die Eltern ein durchaus ausreichendes Einkommen haben und die Kinder trotzdem Hartz-IV-Leistungen beziehen und trotzdem in Armut leben. Das ist doch das eigentliche Problem, was wir insgesamt angehen müssen, dass da, wo die Eltern genug Einkommen haben, die nicht durch die Kinder unter in die Armut und in die Grundsicherung rutschen, die müssen wir doch auch im Auge behalten. Und dafür ist unser Vorschlag genau eine richtige Antwort. Genau, Grundsicherung. Ja. Komme ich gerne zu Ihrer Frage. Aber viel wichtiger finde ich, und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis, dass wir noch vor ungefähr zehn, elf Jahren eine Situation in Deutschland hatten, da waren fast sechs Millionen Menschen in diesem Land arbeitslos. Und ich habe gestern bei dem, vielleicht, man weiß es nicht, wahrscheinlich Kanzlerkandidaten der SPD gehört, dass selbst er deutlich gesagt hat, dass das erste Ziel sein muss, auch gerade vor dem Blick von Armut von Menschen, von Kinderarmut, dass wir diese Menschen wieder in Arbeit gebracht haben in den letzten Jahren. Und mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Millionen ist das deutlich besser geworden. Und dann komme ich ganz direkt zum Thema auch Kindergrundsicherung. Weil das ja in dem Antrag eine zentrale Funktion auch hat. Kindergrundsicherung als Forderung, als im Antrag der Grünen. Die, und das ist doch die Fragestellung, ist sie sinnvoll, zielführend oder gar effizient? Ist sie oberflächlich etwas, was tatsächlich das Problem nur kaschiert? Oder ist es tiefergehend auch etwas, was wir politisch unterstützen sollten? Und da sagen wir ganz klar, es muss doch ein Grundsatz geben in diesem Land. Die Lebenslage eines Kindes ist untrennbar mit der Lebenslage der Eltern und der Einkommenssituation der Eltern verbunden. Und wir sollten auch nicht Eltern auf der einen Seite und Kinder auf der anderen Seite voneinander trennen. Und deswegen glaube ich, wenn wir nur, oder wenn wir darauf achten, dass die finanzielle Situation der ganzen Familie stabil ist, ist es auch im Wohlsein des Kindes. Eine solche Leistung nur für das Kind, wenn es den Eltern aber gleichzeitig finanziell schlecht geht, ist schlichtweg der falsche Weg. Und noch einmal, viele Kinder wollen und warten darauf, sozusagen, dass natürlich der neue Ranzen kommt, aber dass die Eltern diesen auch bezahlen können. Deswegen ist die Idee, durch die Einführung einer Kindergrundsicherung, die Entwicklungschancen von Kindern, vom sozialen Status ihrer Eltern, die abzukoppeln, eher trügerisch. Und das werden wir nicht mit unterstützen. Zweiter Punkt, da stimme ich Ihnen zu, und da sind wir auch einer Meinung, ist die Kernforderung natürlich Wirtschaft als Voraussetzung auch für Kinder. Der Zugang zu Bildung, zur Ausbildung, sowie der sozialen und kulturellen Teilhabe. Bestehende Kinderarmut verschärft sich, auch das wissen wir langfristig, dadurch, dass Kinder zunehmend in bildungsschwachen Haushalten aufwachsen. Und zur Bekämpfung von Kinderarmut reicht es nicht aus, den Familien nur mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern wir müssen Bildungschancen eröffnen. Und jetzt gucke ich mal auf die Arbeit der Großen Koalition in den letzten Jahren. Was haben wir denn gemacht? Wir haben mittlerweile ein Etat im Bildungsministerium von über 17,5 Milliarden Euro. Familie und Bildung ist finanziell gestärkt worden, ist aufgebaut worden. Das ist ein Ergebnis der Arbeit der Großen Koalition. Und dann haben wir die Programme, frühe Chancen, gleiche Chancen, oder auch das Haus der kleinen Forscher, wo wir als Bund auch ganz deutlich gesagt haben, wir wollen, um die Bildungschancen von Kindern zu erhöhen, gezielt diese Programme auch weiter ausbauen und weiter ergänzen, weil wir zumindest als Bund da auch Verantwortung übernommen haben. Und wir sehen ja durchaus auch, Blick auf die PISA-Ergebnisse, dass nach dem Schock von 2001 die Ergebnisse langsam besser geworden sind. Da haben auch die Länder daran gearbeitet, auch wenn sie noch etwas mehr tun könnten, und auch die Kommunen. Und wir müssen den Lehrern danken und den Erziehern danken und denen, die im Bildungsbereich aktiv sind. Aber insgesamt ist die Situation besser geworden. Das haben wir in Deutschland erkannt seit vielen Jahren. Und dann kommen wir zu Ihrem Thema. Wir werden es nachher noch ausführlich in der Debatte auch haben, Unterhaltsvorschuss und auch die Fragestellung, wann die Erhöhung bzw. die Ausweitung kommt. Und deswegen drei ganz klare Botschaften noch einmal von der Union. Erstens, die Ausweitung, so wie im Koalitionsausschuss beschlossen und so wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, Frau Brandner, ich komme gleich darauf zurück, wird kommen. Dabei beim Unterhaltsvorschuss, und das wissen wir, handelt es sich um die zielgerichtete Maßnahme im Bereich der Familienpolitik. Und wir sagen und sind alle optimistisch, dass die Ministerin Schwesig es auch schaffen wird, die konkreten Finanzierungsvereinbarungen mit den Ländern zu treffen. Das heißt aber auch drittens, dass ich da optimistisch bin, weiterhin und voller guter Hoffnung, dass alle diejenigen, die in den Ländern Verantwortung tragen, dann auch die Länderchefs, die Ministerpräsidenten daran erinnern, dass sie eine Zusage gegeben haben, Frau Brandner. Und Sie regieren in zehn Ländern mit. Sie stellen sogar einen Ministerpräsidenten. Und deswegen muss ich Ihnen auch mal die Frage stellen, was haben Sie denn innerhalb Ihrer grünen Fraktion dafür getan, dass auch Ihre Regierungsmitglieder von Hamburg sozusagen bis in den Süden hinein dafür gesorgt haben, dass die Länder sich bereit erklären, diesen Unterhaltsvorschuss, die Ausweitung auch mit zu unterstützen. Ich finde es etwas schwierig, wenn man sich hier hinstellt und sagt, das muss aber kommen und die Bundesregierung sozusagen den schwarzen Peter zuschiebt, wenn man selbst Verantwortung in den Ländern trägt. Da sollten Sie, glaube ich, etwas mehr machen. Und wir haben immer gesagt, und das sei das Letzte, was ich zu diesem Thema noch sagen möchte, wir haben immer gesagt, Voraussetzung ist einfach, die Finanzierung muss stimmen, die Umsetzung in den Kommunen muss stimmen. Wir wissen ja beide, Frau Heidung aus Hamburg, wie viele Stellen das bedeuten wird. Das muss natürlich geregelt werden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn Politik etwas verspricht und es später nicht richtig halten kann. Richtig ist, und auch da haben Sie uns an Ihrer Seite bei der Frage, wie wir längerfristig danach schauen, Schnittstellen, Problematiken und ineffiziente Leistungen abzustellen. Wir müssen schauen, jeder Euro, der eingesetzt wird, der muss investiert werden. Je früher, desto besser. Wir müssen investieren, statt später nur zu reparieren, gerade bei Kindern. Wir müssen schauen, wo und wie werden dann auch Eltern gestärkt, wenn sie ein zusätzliches Einkommen haben. Oder nimmt man das auch gleich auf der anderen Seite wieder weg. Jeder Mensch, der arbeitet oder jeder Mensch, der auch ein höheres Einkommen bekommt, muss auch sehen, dass das Einkommen ankommt für die Kinder. Und deswegen wird man sich genau anschauen müssen, tatsächlich, wo haben wir noch Schnittstellenproblematiken, die wir auflösen müssen im Sinne der Familien, um die Freiheit der Familien auch zu stärken. Und das Gleiche betrifft die ineffizienten Leistungen. Wir wollen tatsächlich, und da haben Sie doch uns an Ihrer Seite, wir wollen Familien mit Kindern stärken. Und wir wollen Kinder in Familie stärken. Und deswegen wird man die Debatte führen, auch und insbesondere im nächsten Jahr, mit Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wie muss ich verschiedene Systeme umsteuern, damit ich ganz gezielt Kinder stärke und Familien mit Kinder stärken? Da ist das Thema natürlich, was man debattiert, der steuerlichen Leistungen. Da muss man darüber nachdenken, wie können wir bei der Einkommensteuer Dinge verändern, so dass Kinder in Familie gestärkt werden. Das machen wir auch. Und da sind wir auch intensiv in einem Diskurs, auch schon mit Blick auf den Wahlkampf, selbstverständlich. Sie fordern allerdings eins, Stichwort Ehegattensbidding, dass das Ehegattensbidding abgeschafft wird. Und da sagen wir ganz deutlich, das ist mit der Union nicht zu machen. Was wir überlegen, wie können wir das Ehegattensbidding von heute weiterentwickeln zu einem Familienentlastungssbidding oder zu einem Familiensbidding mit der Kernaufgabe, Kinder in Familien und Familien mit Kindern zu stärken. Ich glaube, das wird eines der Hauptthemen werden in den nächsten Jahren, beim Blick auf die Einkommensteuer, beim Blick auf die Freibeträge und auch beim Blick auf die Abgaben zu den Sozialversicherungsleistungen. Ich denke an die Pflegeversicherung, dort zahlen dann diejenigen, die keine Kinder haben, 0,25 Prozent schon mehr. Und auch da wird die Frage sein, ob man sich das möglicherweise so anschaut, dass man dem Ziel, Stärkung von Familien mit Kindern gerecht wird. Und dann wird man über viele Dinge diskutieren müssen. Ich will das nur kurz anreißen. Es geht um die Frage natürlich, wie können wir noch Familien stärken, auch vor dem Hintergrund Armut. Denn Armut drückt sich auch aus in den Lebensverhältnissen von Kindern, in den Wohnungen. Und wenn wir gerade in gewissen urbanen Milieus erleben, was man für Mieten zahlt, dann müssen wir darüber nachdenken, wie können wir es denn hinbekommen, dass wir Familien in die Situation versetzen, Blick auf das Eigentum, auf eine selbstgenutzte Immobilie, dass sie das auch verwirklichen können. Denn eine heute 30-Jährige mit einem 32-jährigen Mann kann kaum momentan eine Immobilie erwerben. Und das wäre gut für die Familien und das wäre auch übrigens gut für die Alterssicherung. Denn tatsächlich die selbstgenutzte Immobilie, die dann mal nach 35 Jahren oder nach 30 Jahren abbezahlt ist, kann ein Teil, eine Säule der Alterssicherung werden. Ich glaube, hier haben wir noch viel Potenzial auch in den nächsten Jahren. Und CDU, CSU und auch SPD diskutieren ja gerade über das Thema auch der Immobilie, der Unterstützung, Baukindergeld und Ähnliches sehr intensiv. Da wird man noch einiges machen. Und das wird sicherlich auch das Thema sein, insgesamt, wie Familie die neue goldene Ressource in diesem Land Zeit besser einteilen können. Wir werden in Zukunft viel, viel über das Geld reden, über materielle Werte. Ich übrigens verweise immer darauf, es gibt auch ideelle Werte. Es gibt auch Werte, über die wir mit unseren Kindern sprechen müssen, die nicht sich nur festmachen an gewissen Zahlen, sondern sich festmachen auch an Einstellungen zur Gesellschaft, zur Demokratie und zu Themen wie zum Beispiel Gleichberechtigung. Vielleicht sollten wir mal einen Diskurs auch im Deutschen Bundestag darüber führen, was sind denn eigentlich unsere gemeinsamen Werte, die wir stärken müssen, statt, wie wichtig es auch immer sein mag, statt in erster Linie nur über das Materielle zu sprechen. Und dann wird man darauf kommen, dass wir Freiheiten der Familie stärken wollen. Und Freiheiten stärken heißt, Zeit bekommen, Zeit für Familie, aber auch Zeit für Erwerbstätigkeit. Und noch einmal als Fazit. Ja, denken Sie bitte daran, alles hängt ja bekanntermaßen irgendwie mit allem zusammen. Es wird darauf ankommen, dass Voraussetzungen für familienpolitische Leistungen, das ist, was wir in diesem Land brauchen. Wirtschaftliche Stärke schafft finanziellen Spielraum. Und Herr Präsident, komme ich doch gerne zum Schluss. Nein, nicht gerne, aber unvermeidlicherweise. Das schafft auch, der finanzielle Spielraum schafft auch die Möglichkeiten der Familienpolitik. Deswegen komme ich zu den Lebkuchen zurück. Es ist ein bisschen früh für Weihnachten schon mit Ihrem Antrag, mit Ihrem Wahlkampfantrag, aber trotzdem eröffnen wir gerne die Diskussion. Wir machen es wieder mit den Lebkuchen. Das werden wir auch schnell wieder beenden. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.